heute kommt was er ab und trefft mich nicht so und erst untergefallen wohin gehst du warte ich baumgarten auch ohne abrufigen genau vorhin genau hat der Navi auch so auf jeden Fall ein Krieger Park weiter hier ist Scheiße sehr hier ist auf jeden Fall sehr viel Eisen das ist eine geile Idee ist wie du immer auch hier ist da gibt es dort bestimmte die Augen mit um das Ganze ja gebraucht ist so aber das ganz viel Arbeit und deswegen ja Prozent jetzt nicht verloren und du wirst den Weg nie nach Hause gehen ich werde auf den die hier ein zu tun und ich möchte es ist geboren hier zwei Bücher hier ist ein Bild auf die Brücke hier ist ein Riesen-Lava-Komplex ich sehe schon was du hier veranstaltest die Erde nicht du sollst nicht erde pupsen in dem Auto dann beim Sto Fakten Prozent bei der Prozent ein paar St Oh ich muss mich gerade ein bisschen um ich muss mal eben die Lage sicher muss mich gerade wieder einig wird damit dass ich noch mal passiert ich muss mich gerade wieder ein kriegen ich wollte nur ein bisschen Eisen abgrabbeln erwartet dahinten ist auch einst und kräftig das ist ja jetzt alles also kühlt ab als eine ich bin ja eh so ein Mensch der sich da gerne von anstecken lässt aber das war ja mal gerade oah bis jetzt mal Redstone abholen hier ist dunkel und ja ich will den Redstone guck mal wie nett ich bin hier hier in der Wasserhainer ich weiß es nicht hier ist noch Cola brauchen wir nicht ich mach das hier alles damit wir uns nicht noch mal runtergraben und wir dann sterben was da ah hier war der Redstone ja da hinten da ist noch ein bisschen Eisen kannst du dich mitnehmen ich kühl so lang alles weg wir wollen ja nicht sterben boah durch den Kontrast des obsidians wird sie sofort so dunkel ja ja auch auf auch wenn ich jetzt diese zu mir mit Schuss und Schöpfung als Beklagen klar macht ja auch und die Lauer ob sie damals noch dunkler nicht erst etwas mit überall runtergefallen wäre ich hätte versucht ich schnell zu heilig hat schon die Masse einer ausgutung so gut gesagt die Popper kraft ist in der Mitte kommen aber ich gehört abends es wird so so ist es hier alles unkündigt und bei viel wasser hast du denn ich habe immer noch was so ist wenn ich alles geschmolzen habe ich bin ihr mit das wasser durch den Kanzler ja gepflanzt mit Pflanzwasser danke der Zacken Nummer drei nächste Spitzacke ich habe auch noch eine Eisen nicht zu weit weg gehen ich habe hier dann geht es weiter runter wo geht es runter bei dir natürlich machen wir das wasser weg wir können jetzt hier hoch und dann kommen wir auf den Weg der wiederum vergeht auch wenn ich glaube dass es der da ist wo du gerade gelangst da könnten wir ja wir kommen da auch hin auch was denn was nun müssen du bin nach rechts Warte 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 ich mache das eine weg der Wasser dabei meine Minecraft Lektion Nummer eins immer machen Astrid und was hat immer dabei so oder es gibt es darunter ich weiß als sie zu mehr abgesichert das also hier geht es auch weit runter haben vorlesen wir sehen ob er das nicht mehr all das ist der Weg den wir eben schon gesehen haben kommen in den anderen wo bist du lang nach hinten wer die Kohle ist kaputt oh ich hab 3,64er Stacks Kohle und ein 38er Stacks Flint habe ich ach Gott wetten wir finden hier nie wieder raus ich hab doch schon das Servervorstellen gemacht und ich kann ja noch irgendwann dann halt was neu gebaut wurde momentan da mach ich alles ja nicht das ist ja auch Jahre jemand wird auf meinen Kanal kommen zu das ganze von mir hochladen und kann auch eine Verlinkung auf den Kanal du willst ja nicht durch die Probe muss nur sein das habe ich nie gesagt ja wohl du musst doch hast du du musst es du musst es nur sagen würde ich Wege diesbezüglich einleiten Aha okay Boah ey das Obsidian ohne Witz das macht wirklich alles dunkel ja das kommt auch auf die Lava an aber das macht es wirklich noch mal dunkler so das wird auch mal weggemacht bei euch bin ich jetzt so auf einem Lava Tötungstriff ich merk's ja ich will auf keinen Fall dass einer von uns in den Lava fällt du musst den Weg neu suchen und ich muss rauskommen ich will gar nicht dass überhaupt jemand stirbt ach komm ohne Witz ich hab so viel ne also für mich für meine Verhältnisse jetzt so äh für die Leute die äh für die Leute die immer noch fragen was für ein Texture Pack wir haben weil ich grad auf Facebook wieder eine Frage erhalten habe wir benutzen das Minecraft Royal Texture Pack von Honeyball LP man muss die auch nehmen Link dazu in der Beschreibung Nix äh Link äh zu seinem Kanal ebenfalls in der Beschreibung ähm Fragen zu mir könnt ihr auf Facebook stellen ihr könnt mir eine PN schreiben oder einfach einen Kommentar schreiben und wenn ihr irgendwelche Vorschläge etc. habt schreibt es einfach in die Kommentaren komm mit ab sofort wenn es drei Wege gibt oder zwei oder sonst wie viele Wege zur Entscheidung sagen wir jetzt eine Chosen Free es gibt eine Chosen Free Tobi ja so kann man natürlich auch die Wegauswahl gestalten so und hier zu oben sind du bist hinter mir bis zu hinter mir was du da war ein Ding bis dahin jetzt echt die Schwule gehen ja da Mensch so boah ich hab hier jetzt grad ehrlich gesagt schon Angst vor der Länge beziehungsweise vor der Größe der Aufnahme ja aber ist doch mal ne coole Höhentur nicht so feil wie letztes Mal ja es endet ich habe das gut das war der Kohlen- und Eisen dieser Weg ist gekohlt und eisig und abklagert in einem so und die Gäste sie sind nach rechts aber ihr gescheit gibt es hier bei der Ehe rechts von der Kombination wo ich wollte zu den Chosen Free ja dann Geh aus dem Haus Oh Mitte goldene Mitte ganz spontan Oh gut Au da müssen wir mitten im Weg gelaufen Was denkst du wie oft du in mir stehst das du müsstest die Let's Plays mal gucken die tue ich doch tust du gar nicht ja ok die letzten nicht mehr seit Lukas da war nicht mehr ganz rechts ok oh nein schon wieder Chosen Free fuck Chosen Free na dann gehen wir erstmal den hinteren entlang oder? da können wir mal kurz gucken was hier ist das coole ist wenn man sich im Nachhinein die Let's Plays anguckt und dann die Wege sieht die man eigentlich jetzt hätte zurückgehen können müssen oder was weiß ich nicht das ist eigentlich dann immer ganz lustig zu sehen wenn man sich dann selber so failen sieht aber ok das bin ich ja gewöhnt ich ich kann ja nur failen was anders kann ich ja nicht aber hier muss es glaube ich die Lande entgegen wenn ich mein Bild sind nicht täuscht Gold Gold ist gut es ist gut es ist gut es ist schwach vor Ort oder keine Ort mit mir wollte sind die Oberbürgermeister das hast du auch vorhin gesagt ich habe gesagt wenn die Mann hat das ließen und so Lava oder so als er gilt vorab vorab sie kommt ab und so Rüstung bei jetzt bis hier nein hier ist nicht in der Nähe ist dann nicht und neue neue noch einer ach bei mir kommt die schon sich machen alle ich bin zum lieb Warte ich gehen wir eben hier noch hier sitzt sehr gut Nick komm hier her warte, warte, ich schieße gerade Bildschirm mal gucken hier sieht sehr gut aus hier geht es sehr weit rum ja, ich komme jetzt gleich zurück ich will nur gucken, was hier ist hier sieht es auch nach einem Dings aus hier sieht es nach Lava aus ja, warte, ich so fake Bildschirm ich stehe jetzt einfach die ganze Zeit hier rum ja, mein Bildschirm wäre viel cooler ich habe auch überlegt, nebenbei auch aufzunehmen hättest du das machen können? nee, bin ich nicht da ist da jetzt so warum ist das meins? ich weiß nicht, ich habe auch so ich habe besseres zu tun, Skyrim und so hier wollte ich lang also hier ging es verdammt steil nach unten und hier saß dann auch unten nach Lava aus zumindest hat es Diamanten nee, Lapis Lazuli oder sind das Diamanten? Lapis, die täuschen immer ach, weil, was soll ich machen? das Licht nein, der macht alles dunkel ich weiß naja, die Spinnen und das äh, in der Ausgleich der Lava auch ok irgendwas, ne die Spinnen und die Ereignisse oh, oh, dann schon, dann schon, dann schon, dann schon, dann schon bevor oh, Partie mit d das ist doch nicht so gut weil ich kann in die Kiste ja ich habe ja auch schon die Redstone zwar nicht Kakao nämlich mit Kummer steht jetzt nicht gesehen das ist das mir kommt mal drunter vielleicht mit dem Runderskuhl auch wenn ich glaube es nicht als Spiel den Kindern erzählen wie geilig war im Bild der Markt so ab zurück Prozent wir und wir wollten nur bis 21 Uhr Klasse auch kein Ding los ja noch nicht ein 20 Uhr das Limit werden wir weit überschreiten mein Freund ach es ist egal macht auch Spaß aber denkt sie immer schon überlegt seit wann wir dann aufnehmen immer weiter Nö hier ist es hell ich mag keine Helmwege es ist dunkel sein in der Falle weiße hell ist aber vielleicht klar war nein hell ist zurückgeben und hier geht es noch aber weiter da ist schon immer ein ich weiß es ist aber hier ist viel Lava ja hier unten aber Alter wenn man immer das Licht anmacht und die dann sieht au sind wir doch Steuerberater ja eben du Tobi ich bin doch laut genug oder du bist laut so Lava abgrabbeln komm mal hier zu mir ja ok so so schön löschen kannst du machen ja Pflasterstein Boa wir finden die wieder raus traur mir auch die Euro mittlerweile glaube ich das auch so wie wir dann sind Kandans da auch o o o o O er ist jemanden hinten ist ganz viel Prozent Redstone das noch irgendwas dahinter was ich nicht erkennen kann hier haben müssen wir nur bis so gut gelangen ich bin um beide hier so hier er liebt im Kälte um hier über uns ist es um da oben ist ein Ausweg wo wir schon herkommen auch so und weiter die Kampel alle hier ist auch mehr jetzt noch mehr Redstone um Gold auf dem Boden er hat das auch wenn du sagst ja ich weiß ich weiß aber ich mache das Thema eben weg hier ist noch mehr Redstone ziemlich viel sogar okay oh Gott das okay Redstone wollte ich gerade für dich abbauen da droht das Laber ja soll ich mich hier auch nicht reinfallen wo ich dachte schon dass er bei was angepressen Prozent Jahr ist jetzt eben ganz kurz dunkel jetzt und hier sind aber trotzdem gut dass wir hier waren ja da hätten es nur Redstone wärst du so gut mal jetzt ja warte ich gehe mal drüber über uns ist ein Zomsoor ich lass das mal auf und dann haben wir noch ein bisschen Licht ohne Fackeln aber wir versperren mir nicht die Sicht oh Alter ist hier viel Redstone nice auch so viel ich mache ja nicht Dings ich mache den Schalter ähm nicht an der Ausgabe ich mache den oben naja trotzdem letzter Woche irgendwann schon ja so wir gehen mal hier hin weiter und hier ist Ende so hätten wir das auch abgegrabbelt die Glocke ich will die und abhängigen ganz langsam aus ich habe nur noch 26 wieso habe ich eben ein Holz zu Treppen gemacht wo hast du ja eben ja weil ich äh ich brauchte die die Tribüne Prozent so wirst du denn hier es ist auch eine wir können langsam nach Hause langsam ja das sehr gut denn was er ist also die Komplikation können uns auch einfach hoch wir könnten auch kommen sie mal in der Sunde etwa so weil 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 das Ding ist ja wird der Englisch Diamanten aber ich habe auch jetzt wirklich absolut gar keinen Bock dass jemand alles verliert also es cool wenn wir die Zeit erst mal wirklich nach Hause da ist ich für uns erst mal eine Stelle wo wir uns auch hochkramen können und dann in einer neuen Aufnahme werden wir das dann auf jeden Fall tun also wir werden die Aufnahme denke ich mal danach dieser Höhlen-Tour beenden in der nächsten Aufnahme gibt es dann ja auf jeden Fall ähm den Bau des Weizen-Aparellos der eigentlich für diese Aufnahme angedacht war aber ja so spontan wie wir halt sind ne ich habe ja nur Höhlen-Tour geschrieben die Anerkennung der Kälte knapp zwei Stunden Höhlen-Tour so wo bist du hin weitergegangen also entweder wir können auch den leichten Weg oder den anderen leichten wegen leichten leichten ja dann nehmen die weil ich hab kein Plan mit welchen stehen soll ich glaube ich nehme den hier links weil er für mich interessant ist nein guck mal es ist nicht mehr die Stelle hier haben wir Eisen abgegraben weil von ihr kamen und hier sind zwei Fackeln da wird mal wieder Fail machen und dann noch mal Zeit Fackeln ja jetzt weil ich glaube ich weiß gerade wo wir sind ja ich auch hier links hoch jetzt geht es gleich irgendwo rechts ja hier wenn über dir haufenweise Erde ist dann können wir es langsam schon hochkramen also nicht so wie hier ich meine noch ein bisschen weiter oben ich glaube unsere Öfen werden auf jeden Fall gefordert sein wenn wir wieder da sind ja ich hab eigentlich nicht mehr so viel nach dem Fackeln ach so hier war Ende wie ich mir schon gedacht ich wollte eigentlich links gehen könnten ich weiß ja nicht wie tief hier drin sind also jetzt in der Höhle ne man muss es ja dazu sagen es gibt ja immer solche Leute die dann sich ihre eigene Seite hat sich bestimmt jetzt schon gefreut hier ist er ja ich meine auch wenn wir da an diese Stelle kommt okay hier geht's hoch das war das erste Bild über das Geld trotz der Beine du bist du hin ja ich ich kann mir schon denken wo du bist ich bin ein Skeleton also wie das dann jetzt Prozent hochgraben nur das Problem werden aber wir sind ziemlich weit das mit dem aber Erde heißt dass wir auch nicht so weit unten sind eigentlich eigentlich habe ich habe keine Schaufel dabei aber ich wollte es nicht auch kein Volk ist und die Wiener hatten wir auch nicht dass du dich und das so hier holst aus ich glaube ich jetzt hier einfach noch so dass wir die Ziele für die Zuschauer Prozent ein dunkles Erlebnis ich bei ihm nicht jahren da war wieder die Erlehrung so so wie alt ich weiß es dunkel mit dem direkt neben mir nein ich bin unterliegen ich habe es jetzt angefangen ja ich weiß sie sieht nichts dass er auch kaum was machen wir abgültig er ist dort dann bei mir so lang wie finden Nick und Tobi ein Ausweg aus einer Höhle richtig hochbauen ja ich wollte jetzt nicht dazu strecken wir wollten ja aufwärmen und die ist überall Kohle ach du kacke bei mir auch bei mir auch bei mir auch bei mir auch hier ist Eisen überall super ja 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 Vielen Dank.